Wobei dieser Ladenplan dann nicht mit dem Ausleg angesteuert wird, sondern eben mit kleinen Getriebenmotoren, die dann einen Windestintel anbreiten und so weiter her, die Möglichkeit mit seinem Kreifer jetzt, die Hörnstecker dann zu verladen. Ja, hier kommt jetzt der Schwertransport durch die Ampelkreuzung, da muss jetzt diese Kesselbrücke, die braunlich abgelassen werden, dass er unter der Ampel hindurch kommt. Man hat eben die Ampel nicht gesehen, wie sich der Kessel abgesenkt hat, damit er hier an der Ampel nicht reinkommt. So, er wird jetzt wieder zurückgeschleppt aus seinem Tagplatz und dann hat er diese Schwerlastfahrt für die Ampelkreuz gemeistert. Ja, und der Kollege Tormann mit seinem Raubembran hat jetzt diese Röhre mit 38 Kilo am Haken. Er hat ja auch noch den Spezialtransporter hier an dieser Saalzugmaschine, 15 Kilo. Der Anhecker hat dieser Tiefladen ebenfalls 15 Kilo, dann 38 Kilo in dieser Röhre. Und gestern hat er es dann den Punktbewegung mal so richtig gezeigt. Und mit seinen 114 Kilo hat er sich nochmal oben drauf gesetzt. Und dann ist er durch den Parkour gefahren. Da waren da also rund 114 Kilo Züge nicht für seine Fahrnzugmaschine. Das sieht man da.